Dishonored konnte mit seiner ungewöhnlichen Welt und der gelungenen Mischung aus Schleichen und Action überzeugen. Der erste DLC, Dunwall City Trials, konzentriert sich vor allem auf die Gameplay-Mechaniken und liefert uns unterschiedliche Herausforderungen, in denen wir Gegnerwellen überstehen oder spezielle Kills ausführen müssen. Blood Knights erzählt eine Geschichte um Vampire und möglichen Weltuntergang, den wir durch hektisches Klicken in Action-RPG-Manier verhindern müssen. Dafür stehen uns zwei verschiedene Charaktere zur Verfügung, zwischen denen wir nach Bedarf wechseln können. Bloodbath nimmt seinen Titel ernst und kommt mit einem simplen, aber blutigen Konzept. Als einer von sechs verschiedenen Kämpfern prügeln wir uns in einer postapokalyptischen Arena. Im Koop gibt es dann nicht nur reines Metzeln, sondern auch etwas mehr Taktik. King's Bounty Warriors of the North setzt die Adventure-Rollenspiel-Mischung im selben Fantasy-Setting fort. Diesmal stammt der Protagonist aus dem hohen Norden. Olaf muss sich finsteren Mächten stellen und nicht nur seine eisige Heimat beschützen. Eine finstere Bedrohung in einem tiefen Dungeon und eine Handvoll Helden, die sich darum kümmern müssen. Four Hunters schickt eine Reihe von Archetypen des Genres in Runden basierte taktische Kämpfe gegen Monster, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Mit Aftermath kommt knapp vor Weihnachten der vierte DLC für Battlefield 3. Die Karten stellen von einem Erdbeben verwüstete Stadtgebiete dar und erschweren den Umgang mit Fahrzeugen. Dafür kann man sich in dieser Kulisse mit einer ganz neuen Waffengattung der Armbrust behaken. DayZ, die beliebte Zombie-Mod für Arma 2, soll nun im Dezember als Standalone-Version bei Steam erscheinen, nachdem sie zunächst für den November angekündigt war. Dabei handelt es sich aller Voraussicht nach um eine günstigere Alpha-Version, die zwar noch nicht das fertige Spiel darstellt, ihren Zombies aber einen Vorsprung vor Konkurrenz wie The War sie verschaffen soll. DayZ, die Ärzen aufgenommen haben möchte. Untertitelung des ZDF, 2020